ist ja interessant ich hoffe hätte man nicht das jetzt sollen ja wohl die ganzen einkaufsmalls und so was zu machen ist natürlich geil eigentlich schon voll auf doom kommt er am freitag mit gamestop vorbestellt gamestop ist in die sunbrunnencenter und die werden ja gut wenn der morgen die nachricht kommt ab mittwoch sind wir denen die schlossen dann jedenfalls morgen zum gamestop und fragt man wie sie sich so denken also was man da für möglichkeiten hat weil ansonsten mache ich diese zehn euro aktion rückgängig von spiele wieder haben naja jetzt bei uns hängen sie jetzt alle auf den spielplätzen rum und wer hängt auf den spielplätzen die ganzen kinder die jugendlichen und kinder und eltern hat alle das ist jetzt weil sie nirgendwo anders mehr hin könnten gehen sie halt alle auf dem spielplatz ja und stecken sich da jetzt an und genau und auf der straße vorhin haben sie auch irgendwie gefeiert da die kids ja die haben ja keine schule war die schulen haben ja schon zu heute die oberst du hast die ober oder die obertschulen dann ab morgen noch die die grundschulen so robert jetzt war du war hin und dann raus soll ich einfach mal punkt markieren ja ich bekomme ich markiere mal einen punkt auf der karte und dann nein bin ich abgesprungen ich voll idioter markiert hast du gesehen ja nein lass uns mal hier was ist ein train station lassen zur train station markier mal bitte ich sehe das nicht ach da unten ja okay ich sehe dich ich habe dich im blick da so zwischen den häusern ja genau so ich habe mal den fallschirm hier wird schon geschossen in der nähe von er ist schon tot man kriegt mal eine punkt landung hier sehr gut das ist gerade rausgeflogen weil das gerade nicht angezeigt wunderbar so wer wurde abgeknallt von uns schon einer ja dann hier warte hier robert hat vielen dank ich komme mal ich soll mir mal und bisschen cash ein so auf jeden fall war es alter wo kam er denn er ich nehme mir mal die waffe ja ich nehme die nächste eine mg würde ich nehmen ich habe noch eine liegen lassen ich weiß nicht was das ist ich nehme die mal für die pistole rein ich habe nur noch den knall gehört dachte dass er es war ich habe wieder auf dich geschossen ich habe das nicht so schnell realisiert 4a1 prototyp so metallplatte habe ich gefunden noch eine klinik sehr cool so wir müssen noch mal richtung norden wo war die tür geht auf ach du warst das ok wir müssen richtung norden gut ok warte mal hier wo ist denn hier norden hier ist norden ok wo ist norden links hier ist ein auto ein buggy sollen wir laufen lieber sonst sieht man uns auf der karte naja gut lass uns mal laufen halt stimmt gut aber wenn wir gleich abgeknallt werden dann nehme ich dir die schuld gleich dafür ja dann ist das auch in ordnung ich hätte dir auch die schuld mit dem buggy abgeknallt worden werden also keine falsche scheu und man muss ja auch schuld haben schließlich und das dach würde ich jetzt tatsächlich nicht hoch das spiel hat schuld immer das spiel 2 für hat das spiel schuld 3 13 ungewöhnlich ich glaube ich bin die schuld hinterlasse ich drin ein bisschen munition halt auch schon bekommen und der war auch tatsächlich den habe ich eben noch mit der schroth finden den schädel getroffen er war sofort tot auftrag gestartet aufklärungsauftrag dann hat der wenn du im kopf schießt bringt den dann auch was die panzerung vielleicht hat er auch keine panzerung vielleicht war der ganz frisch gerade erst die kratzt halt voll rum frisch geschlüpft frisch geschlüpft die kommen auf jeden Fall hin warten ja ich bin mir mal unsicher hier ja schon zu oft von netten vom dach abgeknallt nicht das jetzt hier ist ey ich ärgere mich wieder dass ich da nicht nachgeguckt habe ok ist mir jetzt gut aus ok wo ich sage kommen die schüsse warum sind noch gut drin eigentlich ne mhm auf jeden fall müssen dann nur so oh hier unten ist ein gegner angezeigt hier bei dir ah der war nur ein stück war der noch weg aber der ist noch ein bisschen weg ja stimmt war der genau bist du da gesprungen mhm ach da bist du ich hab halt keine großartige scope irgendwie wo ich von oben irgendwas machen könnte da ist ein auto auf dem dach da oben ist ja genau treffe ich äh ich sehe ihn treffe ich aber nicht von hier habe ich keine chance wenn nicht könnten wir uns das auto nehmen und erstmal los zwischen wollen wir das thema sichern wenn du hier hinkommst du ach so ist ja der auftrag war genau genau perfekt ich bin mal kurz drin ne da kommt die Tür zu thema so das war ja noch eine bobbel den und da ok ah die spitze perfekt zur munition ist übrigens gar nicht auf die ganze zeit verrufen wieder eine sicherungsposition trotzdem vorsichtig sein dass die kämpferschöne sind wir müssen aber künstler ist auch vorstellen müssen wir uns bei 1 2 minuten wir müssen richtig morgen unbedingt auto wenn ich nehme den djp vorne ich glaube so weit ist es nicht auf jeden fall auf der höhe eines blauen boppelt so ein bisschen bisschen ist auch völlig ruhig vor dir wird geschossen hier irgendwo da an der straße wo mein boppel ist nein kann es mich vor was fertig ich komme er ist nicht sein ernst dass er jetzt hier nicht durchkommt wissen du da vorne kommt zwei leute ne ja da kommen direkt zwei leute auf mich zu kommen ich komme scheiße ich komme nur an der seite raus kontakt die haben nicht gesehen abend tot scheiße ich komme noch in den gulag wo warst du warst du warst du nicht ich dachte du warst hinter mir war noch deswegen meinte ich ob ich die jeep holen sollte da bist du schon wieder so freut prescht irgendwann auch 100 meter hinter dir oder so und ich tot aber ich hätte ich noch gekriegt aber ich konnte nicht hin rennen weil da die anderen benen alt waren boah ok na gut also ich kann ja noch mal probieren den punkt zu sichern dann kriegen wir schon mal ein bisschen was hier war ja auf jeden fall brauchen wir uns später das ist hier eine waffe scheiße hier nur so ein lmg da hinten in der heimgericht sehr gut nehme ich mit aber danach musst du in die zone ne eine minute ja auch stimmt komm mal nein ist der tot ja der ist richtig tot wo ist ja immer noch nicht du mach doch mal hier der hat richtig viel oh der hat richtig viel 155 meter hin nein die sind genau in die falsche richtung ich suche ich suche eine andere station scheiße ich so offen übers feld alter ich weiß nicht was das nächste zuge ist links von mir schießen sie nein da geht es natürlich nicht durch ich lege mich am arsch ey jetzt sind 400 meter wenn aber erstmal drinnen ich glaube man wird mehrere das aktuell nicht ich will erstmal aus diesem hangar aus ey kannst du auch weiter gerade ausrufen wahrscheinlich hier vorne warte mal ich bring dir mal ein buggy nein ich sagge ich sagge ich sage du kannst vas du kannst du dich und vielleicht ich habe mich auch erst gedacht ja genau von dem baggie entfernt 150 meter ist sowieso muss sowieso theoretisch in die richtung weil sich der kreis schließt zu den baggie siehst du ihn schon ja ich bin ja mal den anderen im wagenkorb ich sehe den 150 meter dahinten okay das ist so der nächste durch der hier im umkreis ist das kann doch gehen aber das weiter geht schön ok schnell ins haus rein hier und das wo aber ist es danke ja ich komme auch dass man ich warte hier erst mal dann auf dich machen wir machen es mir erst mal gemütlich hier wird auf jeden fall geschossen scheiße der kreis ist ja gleich wieder zu müssen er weiter 30 sekunden noch ich mache mich schon auf den weg ich musste noch mal gucken da ist ja die gas nicht mal da wir haben noch ein buggy war warte mal kurz ich will mal kurz gucken ob hier irgendwas ist ja mach mal ich bin nur ein hügel weiter oben immerhin das hier eine schrotflinte schon mal besser als gar nichts genau auf der anderen seite hier ist eine schrotflinte noch bei mir mit dem scope drauf und nicht oder nicht mehr ist das karabiner ist das keine schrotflinte ansonsten kann ich noch so ein metallplatte geben ne freut mich habe ich jetzt gerade danke ich glaube ich habe so eine art als kleiber oder sowas wollen wir hier den hügel hoch ja vorsichtig da oben wurde mir glaube ich ein gegner angezeigt vor ein paar sekunden ein guter punkt nochmal kurz in den garagen ja mach mal ich warte hier oben an dem stein hier der wächter ganz toll genau dieselbe wachtung die ich gerade schon hatte läuft wofür schießen oder worum sind gegner so cool da renne ich gerade hin in die richtung wir könnten halt so ein bisschen rechts halten dann laufen wir den nicht genau in die arme ich glaube wir werden gescheitert oder du wurdest beschossen okay scheiße umso besser getroffen doch doch mich haben sie getroffen bin hinter dir gewesen aber wird immer noch beschossen oh mann ich bin hier unten in der hütte drin bin tot ich komme kriege ich hier runter heute ist richtig mein glückstag oh schaffe ich nicht doch das schaffst du ne oh was heute bin ich gut scheißdrecke oh miste naja gut egal aber langt 22 ist ja auch nicht schlecht jetzt war 22 sicher ok naja bei fügt ja ging es jetzt schon mal länger Das war's für heute. Voll warm heute draußen, voll geil. Auch wieder schöner. Mittwoch wären auch 18 Grad, glaube ich. Und Sonntag dann aber wieder 5 Grad. Und minus 3 Grad nachts. Stand da heute. Ja, irgendwie war es. Stand da. Dann brauchen wir jetzt nicht mehr bis zum Sommer. Kommt noch früh, ob da so wieder viel zu heiß ist. Na ja, auf jeden Fall. Mal sehen, wie heißt der so mal wird, ey. Ach du Arschloch. Vorbei, oder was? Vorbei!